jo leute und damit willkommen zu live mit dem flash mit centus sollte man die gleich nicht so laut machen die musik muss eben noch mal auf die schnelle man kann aber ich doch mein lieblingsbomber so machen wir heute ich werde zu ende buddeln am letzten mal habe ich glaube ich ganze zeit vor mir gefällt weil ich holz brauchte ja habe ich ja schon mal im tag voller holz brauchte ich noch mal den holz ähm ja das ist gerade die frage wofür brauchte ich das ganze holz für einen keller für dwars irgendwas ach ja für die ganzen dwars stimmt ja das war ja was ne bisschen lange nehme ich nicht mehr weitergemacht ja ist ja auch schon zwei wochen her wir haben wir fest bisschen kam auch ne ganze weile bei uns nix und weil äh zumindest hatte ich nix mehr aber der herr hier hat noch was aber keine zeit hast du überhaupt noch was davon jetzt mhm hast du überhaupt noch was davon oh ja ich hab noch ums ende selber würde ich noch auskommen ok das weiß ich ich hätte noch weiß gar nicht hatte ich das noch in der folge gemacht aber ich hatte auf jeden fall die schmelze unten alles fertig gemacht das ganze zeug ja das hast du in der folge gemacht genau und ich wollte jetzt anfangen hier dieses loch zu graben aber das musst du aufstehen nochmal gemacht haben ne jo das habe ich noch aufstehen gemacht etwas ich hab nämlich gar nicht aufstehen ne das hatte ich noch eine halbe stunde nachher noch dazu gemacht ja ich komm dazu einfach gar nicht mehr irgendwas noch nebenbei zu machen nach der arbeit bin ich momentan so im arsch das geht gar nicht du ich hank hier auch nicht aber das war ja nach der aufnahme ding ja ja na gut ich hatte da keine luste ne aber momentan produziere ich erstmal vor ja das haben wir meist ein gewässer im ersten projekte ist dann ist es ja fast egal ich habe wieder eisek angefangen zu zocken ok das ist ja nicht schlimm da haben wir controller ey das ist ja um einiges besser als mit maus und tastatur ja es gibt doch eisek für ps4 habe ich hier auch es kommt nicht ich habe ja Afterbirth und es kommt ja jetzt Afterbirth Plus nächsten Monat wenn du die Vorgänger die Ziel hast 1396 ja das geht doch noch das geht ja ja jeder mal wieder Bäume fählen hüten doch nicht dass ich wieder abkratze wenn ich einen Baum fälle Banz tot ja so wie beim letzten mal naja wegen hunger glaube ich ja wegen hunger 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 games klatsch ja aufnahme läuft das aber irgendwie ein spiel kommen wir das so ein bisschen leckig ne auch nicht du da bist auch immer ein bisschen kömisch aber das geht ne jetzt geht das komisch komisch da wird textur wieder neu richtig drauf gemacht ja okay ich weiß gar nicht wo ich das hatte daher habe ich ja das textur mal gewechselt ja beim letzten mal die anderen textur und dann ist so richtig da ist nichts los da läuft nur müll dann kommen irgendwelche wieder leute aus dem verteilen mit der geschenke die sie so gesponsert bekommen haben ja dann wird irgendwie werbung für was anderes gemacht momentan ist das generell katastrophal hast du aber wie heißt der jetzt nochmal äh keine ahnung ein größerer hat er ja auch ein video darüber gemacht auch wegen der werbung und alles oh weiß ich nicht schauen wir dann youtube nur wegen musik der hat acht mal werbung auf einem 16 minuten video gemacht hat was übertreiben kann man auch ja und dann vor allem mit so einem kollegen ähm war auch vier gemacht dabei sind die gar nicht dabei natürlich so die kriegsgefarmt ne ja gut das ist klar und da war ja das die acht mal werbung drauf sollten sie gleich die leute dafür erstmal tag geben oder so der Typ wurde so gehatet ne ja ist ja auch verständlich naja was ich momentan was ich auch immer gucke ist ja wie gesagt musik momentan nur momentan nur musik kommt eh nix und die bei arbeiten heute ne wahrscheinlich bevor das ich heute nicht muss ja nitsch muss jetzt wäre das auch wieder anders wieder mit halber tag gemarscht oder mein ganzer das dann würden wir jetzt auch gar nicht aufnehmen ne ich dachte ihr hättet noch bis ende des jahres zeit dann habe ja wie gesagt die wochen zeit aber ich weiß ja nicht wie du dann zeit hast ne woche ja nach weihnachten nach weihnachten das ist eigentlich gleich bei mir noch kein urlaub nix na da momentan nicht mehr naja aber wir haben heute Zeit ne muss ich auch nochmal drauf ansprechen weil wir waren ja eigentlich unsere jahresurlaubs hineintragen nur bei mir kam er noch nicht an deswegen hat was aber bei den anderen die wurden schon befragt deswegen aber wenn ich schon meinen jahresurlaub planen kann dann können sie sie nicht oh naja ja ja und dadurch kann ich das jetzt noch planen vorher ging das ja nicht ne es geht nicht blablabla wir wissen ja nicht wie sie eingesetzt werden blablabla ist auch wieder so lächerlich ja ja dabei war ich die ganze Zeit bei der gleichen firma mhm war so zu kotzen ja ist dann etwas nervig ja also leute macht was aus eurem leben und ne hängt nicht so scheiße in der schule rum quatsch oder macht das wie flash ne macht gar nichts ja aber die sache ist du hast wenigstens was im kopf ja das gibt es ja auch nochmal unterschiede das musst du zugeben ja dummheit im kopf ja wie immer ja nicht dummheit sondern dumm halten dein gehirn dein gehirn besteht aus dummheiten dein gehirn besteht aus dummheiten oh ja hm hm und mir wurde immer gesagt dein gehirn besteht aus dummheiten und essen hm aus dir wird nie was ha wohne nein das war lesber Hallo das nicht so gut das sind halt große bäume aber ich sag mal so wenn wir dann so weit sind dass wir die sachen ordentlich machen können dann habe ich auch wieder runter ja weil dann brauchen wir das auch nicht mehr und ich glaube doch normalerweise sollte es drücken bisschen der link ding steht ja schon alles unten weg ich kann es ja schon an ja haben wir den excavator schon mal gebaut auch wenn das nur eisen und obsidian ist egal problem ist zeit auch man braucht dann nicht ja sonst die normale zack kaputt und dann hängt die hälfte oben noch ich mache ja auch nicht extra als den besten haben wir jetzt schon dann eben stellen damit ich sowas schnelles vorbereiten kann die cc doch klar dann sowieso mal gucken muss hiermit und dann schön konsole das entspannter ab er ab er fortstocks bekommen ich habe gesehen dass du fortstocks getraten über uplay ach ja stimmt da wird das ja angezeigt ich war nämlich die gestern drauf weil ja gestern weil es die ganzen lieben spiele noch mal umsonst gibt stimmt habe ich mal gleich alle ein kassiert die ich nicht hatte ja ich hatte eins nicht ich glaube das war prince of persia oder wie hieß oder was war das ich denke mir einfach kostenlos einfach mitnimmt auch wenn du dir manche davon nicht sagst erstens sagst zweitens kostenlos drittens kostenlos ja deswegen sag ich ja kostenlos scheiß drauf auch wenn du dir nicht sagst einfach mitnimmt ich habe sogar bei der battlefield gab es das auch gab es kostenlos irgendwelche dlc ist zack weggenommen ist egal ja wie gesagt bei den of isaac machen momentan dass ich da schon vor politik und hinter sie ganz schnell wieder dass ich da auch mal weiter machen und bei den of isaac bin ich bei habe ich fast fünf stunden aufnahme ja wir haben ja noch ein paar dinge im kopf aber wenn so ein one fast eine stunde geht ist das auch normal bei einer gut dann machst du fünf wands vier wands da bist du auch da fast mitfällt boah bin ich abgekackt am anfang bin ich jetzt noch wieder dran gewöhnt ich wollte sagen alter warum willst du noch einmal hell aber du hast ja wieder shiny shiny an wo sortiert der wo sortiert er das erz hin wenn ich der erz einfach rein werfe oder kohle wo in den back wir haben noch diesen back ähm in der auslaufkiste hinten erstmal ok ja gut dann müsst ihr müsst eingehen in die auslaufkiste dann so den rest mit einer diapap irgendwo abfüllen naja die erze also dass davon die abgeht auch wieder weg muss halt erstmal die anderen etagen fertig brauchen ja das ist immer das problem ich habe nur die lust in letzter zeit dazu zu finden das ausgehen lassen ja das ist das schlimmere davon ich freue mich komme nach hause ich bin auf dem stuhl gucke ein bisschen was ich bin eine stunde weggepennen ja das ist das gefährliche in so eine stunde wegpennen ja nö eigentlich gar nicht ich bin relativ fit dafür ich bin ein bisschen nach wie deswegen weil ich ja nichts anderes machen brauche deswegen komme ich immer dazu noch ein bisschen was aufzunehmen ja ok dann ist natürlich klar ich komme da leider nicht zu ja gut das habe ich diese woche jetzt einmal gemacht ja ja aber einmal fünf stunden sind einmal fünf stunden auf fünf stunden hast du viel von nein ich habe ja samstag aufgenommen gehabt sonntag ja 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 sind ja wenn ist das deine fünf stunden waren die woche noch einmal gestern abend noch einmal er hat fast fünf stunden davon siehste mal von isaac und er hat jetzt unter the gungeon auch zweieinhalb stunden uns genommen das ist auf jeden fall genug erst mal erst mal hm ah ich muss ja gucken dass ich irgendwo aber vor allem das geile war bei enter the gungeon erster run und gleich den shop war gescheitert ok weil mir der ganze zeit gefehlt hat und der irgendwie nie aufgetaucht ist und dann zack da war und dann läuft das halt besser wenn du andere Waffen hast besser ja dann kannst du ja ein bisschen schneller durch rennen